du hast komische vorliebe ja schuldig und schon sieht das ordentliche aus und man wird nicht mehr langsam wenn man hier sind lauter tote noch hast du da gerade hingelegt ja aus der tasche gezogen knochen gerüstet so haben wir überlebt na da kommt nur eine noch die gleiche alles sich warum ja die holen mich davon weisen die sind ja gemein kommt schon der nütze ja daneben das hat man gesehen wahrscheinlich galt der fall mir ja doch das gefühl hatte ich ach da ist ein krabbeler gibt der frau eine pistole und die knallt nur noch ja und dafür ist der schon da unten nöbel 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 ich würde mich noch dicker anziehen das regnet ach gottelchen so und weil du meinen honig jetzt gegessen hast bin ich verseucht wieder haha sehr gut kein holz ich frage mich immer wie ich über die kaktusse rennen kann wenn du die mal weg holst doch noch welche gibt ja da sind so kleine schilder dran mhm 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 es ist doch noch nicht ganz vorbei Nee, nee. Ich hab das ja teilweise, wenn Welle war, dass die um sieben nochmal kommen. Ach ja? Mhm. War das ein Screamer? Nee. Warte. Spinnenzombie. Ja, die blösten Zombies, die es überhaupt gibt. Ich fand die englischen Namen besser für die. Okay. Ja. Das Deutsche versaut es wieder. Kannst du ja wieder umstellen. Da kommt schon wieder so ein Dicker. Ja, das sind ja deine Freunde. Sag nochmal zu mir, du triffst nicht. Sag doch, du triffst sehr gut. Verdammt. Ach, der lebt noch. Naja, der lebt noch. Okay, tschüss. Oh. Mein Gott. Da kommt die nächste. Kranke Schwester, oder? Nee. Nee. Hab so viel Ego-Shooter gespielt in letzter Zeit, ich will mal mit R nachladen. Waren viel zu wenig Hunde, wa? Ja, gut so. Hätte ich gerne noch dreimal gefressen gesehen. Was machst du? Ja, haben wir ja schon 6 Uhr. Haben die Nacht gut überstanden. Ja, du. Das Haus steht noch. Na, du ja auch, wenn du was gesagt hättest. Stand sein Nimmig. Ich hab ja die Binden in der Tasche gehabt. Hey, die Sachen sehen aber gar nicht schlecht aus, die ich anhabe. Nee, das stimmt. So, nehmen wir das Wichtigste von hier mit, wa? Ja, würde ich sagen. Und dann... ...endlich wieder Richtung nach Hause. Hm, Jagdgewehr konntest du ja bauen, ne? Ja. Dann nehm ich die Munition mal mit, wa? Ja. Shotgun ist noch unwichtig, ne? Ja. Und leere Gläser werden wir auch überall finden, ne? Ja, dann nehm ich noch ein paar mit. Willst du hier noch 10 haben? Die stecken ja ganz weit, ne? Ja, bis 15. Nee, gar nicht. Weiter. Die stecken jetzt weiter, ne? Ach, hast du rausgenommen, gut. Hab ich rausgenommen. Ja, stimmt. Die hab ich jetzt alle im Inventar. Sehr gut. So, essen wir mich einfach mal mit, wa? Ja. Jedenfall. Deine Knabberböhnchen, die kannst du ja mitnehmen. Ja, das war mein Stichwort. Man hört's auch gleich. Eisen hast du alles rausgepult aus der Forge, ja? Nee, hab ich noch nicht mitgenommen. Aber ja, ist raus. Gut. Na gut, hier wären jetzt noch 1000 Stück drin, aber die können wir ja dann fürs nächste Mal drin lassen, wa? Wow. So, Essen hast du ja eingepackt. Essen hab ich bei, ja. Glaub, dann... ...haben wir ja eigentlich soweit alles, wa? Hm, ja, würde ich sagen. Wollen wir den Kochtopf mitnehmen für unterwegs? Ja, ist vielleicht besser, wa? Ja, doch. Die Kohle nehm ich auch mit. Na, Kohle haben wir ja überall noch ein bisschen, wa? Ja. So. Dann würde ich sagen, können wir los, wa? Ja, Moment. Beschreibung. Ich will das fix auf der Karte noch markern. Also mir kam es gerade voll mit Absicht vor. Ja, war Absicht, klar. Hier oben wäre noch Kohle drin. In dem mittleren Schrank. Ja, nehm ich mit. Okay, sind auch noch Gläser, guck mal an. Hier wäre auch noch Kohle drin. Zweiter Schrank. Zweiter Schrank. Mein Gott. Wollen wir noch einen kleinen Schlenker irgendwie zum Air-Drop machen? Warte mal, aber das liegt... Der liegt dort. Ja, klar. Dann laufen wir halt ein bisschen anders. Ja. Muss man nur sehen, wie wir da runterkommen, ne? Ach ja, stimmt. Aber wir haben jetzt wieder ein paar Tage Zeit bis zur nächsten Action. Ja. Und unser Haus war ja sicher, ne? Ja, war es. Hm? Weil du die ganze Zeit draußen rumgeturnt bist. Ist das hier eine gute Idee? Nein. Wir werden es auch bitterlich bereuen. Ich glaube auch. Na ja, aber man kommt runter. Bein gebrochen? Nein. Schade. Uff. Bein gebrochen? Nein. Schade. Das. Ne Zombieline. Uff. Die ist tot. Das hat sie nicht vertragen. Wo kommen wir denn jetzt hier am besten runter? Oder? Ja, vielleicht über den Berghof, oder? Da sitzt so ein bisschen... Hier hinten meinst du? Nee. Nee, hier vorne. Hinter dem Berg sieht es ein bisschen... ...sanfter aus, der Abstieg. Stimmt. Ja, dann gehen wir da mal... ...hingucken. Könnte aber Illusion sein. Na, vielleicht da vorne. Ja, wollte ich gerade sagen. Kleine Stückel noch. Da unten meckert schon jemand. Ja, da geht die Straße lang. Nehmen wir die doch, wa? Ja. Ach, da ist auch noch einer. Eine. Eine. Eine, eine. Oh, daneben. Hey, das hat ihr gefallen. Das hat ihr sehr gefallen, ja. Ja. Ey, wirklich, da war nur ein Glas drin. Das gönne ich dir. Ja, ich weiß. Ich hab die auch gern. Nicht. Ich hab mich schon gewundert, dass da so lange Verzögerung jetzt drin ist. Was ist das? Ach, hier, so ein Akku-Zombie. Auf, daneben. Ach, Gammelbrot. Das kannte ich jetzt aber raus. Ja, lad dich mal mit ganz viel Müll voll. Und nachher kann ich dann die guten Sachen looten. Ach ja, ich hab jetzt auch eine bessere Axt. Endlich. Mhm. Hast du. Das war aber nicht so ohne eben.